Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Ich habe den Missing Hut vergessen. Ich bin, liebe Freunde, ich bin, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde, ich habe gerade einen Hänger. Ne, ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Ich habe jetzt ganze Woche lang zu Hause mehr oder weniger im Bett gelegen mit einer sehr, sehr starken Erkältung bzw. einer Angina. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Ähm, weswegen ich nicht aufnehmen konnte. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen jetzt mal eine Runde auf im normalen Modus mit Isaac. Ich habe einen Mod installiert und zwar den, ähm, Infinite Item Charged Mod. Das heißt, ich kann jetzt meinen DICE praktisch so oft einsetzen, wie ich das möchte. Damit ich es aber nicht ganz so einfach habe, habe ich mir persönlich den, ähm, ja, habe ich mir persönlich diese Vorgabe gemacht, dass ich pro Itemraum oder pro Devil Deal oder pro Shop immer nur fünfmal re-rollen darf. Nicht mehr, oder sagen wir, sagen wir weniger, sagen wir dreimal. Ne, dreimal? Und, ähm, ja, das machen wir jetzt. Und das Sun mit Blank Card einsetzen, das müssen wir halt auch noch machen, ja. Das heißt, ganz so einfach ist es dann doch nicht, auch mit dem Charge Mod. Alles klar, wir starten dann mal in diesen Run. Wir machen das im normalen Modus, damit es ein bisschen schneller geht. So, und nur weil ich jetzt praktisch mir mein Item aussuchen darf, heißt das nicht, dass ich, äh, wir machen es ein bisschen schwerer. Ich muss das fünfte Item dann mitnehmen, egal was es ist, erstens. Und darf nur vorher Items mitnehmen, wenn es die Golden Remote oder der Mega Blast ist. Einzige Ausnahme ist dann noch die Blank Card, ja, und die Blank Card halt, ne. Ansonsten muss ich das fünfte Item mitnehmen. Wenn das fünfte Item die, ähm, ja, die Säumilk ist, dann nehme ich halt die Säumilk mit. Und, äh, Ausnahme ist natürlich im Devil Deal. Weil, wenn ich dann durch einen Deal, den ich mitnehmen, sterbe, dann kann ich es nicht mitnehmen. Weitere Ausnahme sind Curse of the Blind, weil da werde ich das erste Item einfach mitnehmen, ohne zu rerollen, weil du halt nie wissen kannst, was es ist. Ich gehe jetzt erstmal direkt zum Boss. Und es ist Monstro. Eine große Monstrosität wartet auf uns. Ne, das machen wir. Also, ich muss das fünfte Item mitnehmen, außer im Devil Deal, äh, im Devil Deal auch, außer es ist ein, äh, Item, was ich, äh, noch nicht hatte. Eins von den beiden. Oder es ist ein Item, ähm, dann muss ich auch mit dem Item spielen, wohlgemerkt, ne. Wenn ich eins von denen gefunden habe. Das heißt, äh, wenn ich jetzt, wir werden wahrscheinlich nur eins von den beiden Items finden, weil beides, äh, Spacebar-Items sind. Und, äh, Ausnahme, wie gesagt, wenn ich im Devil Deal bin und würde durch den Devil Deal sterben, dann nehme ich es nicht mit. Aber ich werde fünfmal rerollen, um mich drüber zu ärgern, falls, falls Mega Blast kommt. Ne, ist ja klar. So, na komm, stirb, nice. Na, die Box, äh, also. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kann man machen. Da hat man Glück. Also, fünfmal rerollen, das heißt, das sechste Item, weil eigentlich sind es ja, ne, fünf Items, die wir sehen. Und, ach, wisst ihr was, Leute? Ich mache dann auch Full-Clears. Halt außer abgeschlossene Räume und, äh, Bombenräume und so weiter. Also, Räume, die ich mich reinsprengen müsste, weil das würde wenig Sinn machen. So. Ich mache Full-Clears, das heißt, wir gehen auch nicht in den, äh, ich werde auch wohl nicht in den, ähm, ach, wie heißt es, Boss Rush gehen, außer es ist halt, außer ich schaffe es halt und es ist ein gutes Item drin. Aber ich kann ja fünfmal rerollen, also von daher, ne, wir wollen es uns ja nicht zu einfach, wir haben es uns jetzt schon bei weitem, ach, guck, das ist jetzt zum Beispiel sowas, ich würde es gern mitnehmen, aber ich darf jetzt nicht. Eins, zwei, oh, drei, oh, vier, fünf, oh, schade. Ich schaue in den Shop, ja komm, ich schaue in den Shop, um mich zu ärgern. Ja, theoretisch sogar. So, das Problem ist, je öfter ich reroll, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwann gar keine Items mehr zu bekommen. Eins, zwei, haha, haben wir schon, drei, oh, die Blank-Card. Vier, fünf, PhD nehmen wir mit. Also im Shop muss ich die Items natürlich nicht unbedingt mitnehmen, wenn ich das Geld dafür nicht habe, logischerweise. Aber, ach komm, wir gehen noch in den Zacki-Zacki-Raum. So viel Zeit haben wir. Das mit der Blank-Card schaffen wir auch noch. So. Hui. Okay. Zack. Dann wieder volles Leben und wir hoffen, dass wir den Devil-Deal bekommen. Wie gesagt, wir spielen ja auf Ease. Alles ist cool. Haben wir nicht eine Pille gekriegt? Egal. Egal. Hat der PhD keine Pille gekriegt? Hm. Das wundert mich jetzt. Ja, ihr hört's, ich bin noch ein bisschen heiser. Deswegen rede ich auch ein bisschen leiser. Ha. MC Foxy ist in der Haus. Und der rappt und rhymt, wie das, was das Zeug hält, ne? Peace, Digga. So. Ja, mach den Blocki. Peace, Digga. So. Also ich denke mal, eins der beiden Items werden wir auf jeden Fall finden. Also ich möchte jetzt halt so schnell wie, was heißt so schnell wie möglich, das klingt ja so auf die Art, ich bin froh, wenn's vorbei ist. Äh, ja klar bin ich froh, wenn wir, wenn wir den, äh, Nerd haben. Dass ich mal ein bisschen wieder was anderes machen kann, wisst ihr, damit mein Kanal nicht mehr ganz so eisek überflutet ist. Ähm, damit wir uns aber auch mal wieder ein paar anderen Dingen widmen können. Und ich sagen kann, okay, Isaac ist jetzt momentan nicht unbedingt ein Muss. Wir können dann vielleicht mal eins oder zwei Versus Runs oder mal einen Daily Run machen oder sowas. Gut, gehen wir erst in den Devil Deal. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Oh, fies. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Es ist fies. Und ich muss es mitnehmen, wie gesagt, Leute. Ich muss es dann mitnehmen. Weil nur so garantieren wir, dass es trotzdem, ähm, trotzdem so eine Art Challenge ist. So. Zack, zack, zack. Jawohl. Stirb. Ja, der Vorteil ist halt aber auch, je öfter wir rerollen, desto höher ist die Chance, dass im nächsten Itemraum zum Beispiel einfach so jetzt der, äh, Dingens ist. Die Golden Remote. Und dann muss ich sie aber mitnehmen. Und muss einfach hoffen, dass ich im Item, äh, im Devil Deal die, äh, Dingens bekomme, ne? Den, wie heißt's? Ach, ich, ihr wisst, was ich meine. Den Mega Blast. So. Vor allem, du bekommst halt auch nicht immer einen Devil Deal. Oh. What the fuck? Hä? Okay. Ach, wir waren schon drin? Ach, natürlich waren wir schon drin. Ich war eben, okay, ich war eben ein bisschen verwirrt. Eben war ich ein bisschen verwirrt. Aber ist okay. Okay. Achtung, wir zählen wieder. Eins. Zwei. Oh. Drei. Vier. Fünf. Okay. Da haben wir doch endlich mal was. Oh, fies. Fies. Eins. Zwei. Äh. Drei. Äh. Vier. Fünf. Ach, scheiße. Okay. Dann nehm ich mal das blaue Herzchen mit. Ja, wir haben's versucht, ne? Wir haben's versucht. Bisher noch nicht so erfolgreich, aber okay. Aber wie gesagt, ich wollte's mir halt zwar einfacher machen, damit wir mal ein bisschen vorankommen, aber halt auch nicht zu einfach. Ich war eben verwirrt. Ich hab gedacht, wir wären schon in der dritten Ebene und hab mich grad voll auf den Devil-Deal gefreut, aber ich bekomm ja gar keinen... Oh, wartet mal. Hier könnte der Geheimraum sein. Da ist er aber nicht. Dann gibt's noch zwei Orte, an denen er sein kann. Ich guck mal. Nämlich einmal hier. Oder einmal... Oh, jetzt muss ich mal gucken, wo die Tür ist. Hier auf der Ebene der Steine. Oder hier. Was? Ja, oder hier. Was? Wo denn sonst? Ach, unterhalb des Kampfraums. Ah. Unterhalb des Kampfraums könnte er ja auch noch sein. Also hier. Da. Und da ist dann wahrscheinlich der super Geheimraum. Naja, macht nix. Macht nix, macht nix, macht nix. Ich hab uns immer die Nase hochziehen, es tut mir leid, Leute. Erstmal ein Schaluckeli-Duck trinken. Und weiter geht's. Ja, natürlich mit Tech-Ten sind wir jetzt richtig gut dabei eigentlich. So. Okay. Stirb. Ähm. Da gehen wir auch rein. Ah. Jetzt müssen wir wieder fünfmal rerollen. Also nicht auszusehen reinlaufen. Okay. 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 Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, fies. Fünf. Und ich muss es dann mitnehmen. Das ist es ja, ne? Das ist ja, das ist ja die, äh, der Hauptaspekt. Ich muss es dann mitnehmen. Es gibt kein, ja, nee, lass mal liegen, ist ein Scheiß-Item. Ich muss es dann mitnehmen. Ausnahme ist natürlich ein Spacebar-Item, ne? Ist ja klar. Also das muss ich doch dazu sagen. Wenn es ein Spacebar-Item ist, nehme ich es dann nicht mit. Ich werde es einmal aufsammeln und einmal einsetzen. Aber, äh, nicht mitnehmen, weil wir brauchen ja den Dice. Okay. Oh, das wäre fies, ne? Das wäre fies gewesen, das Item. Okay. Eins. Zwei. Drei. Fies. Vier. Oh. Fünf. Und dann kriegst du sowas. Wie gemein, Mann. Es ist echt gemein gerade, also. Vor allem, weil du siehst die Items und siehst, dass es möglich wäre. Du darfst sie einfach nicht mitnehmen. Ach gut, wir haben PhDs, stimmt. Da war ja was. Oh, jetzt fliegen können oder eine Bombe droppen, bitte. Ja, ich krieg Schlüssel. Einen zumindest. Hm. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Meh. Two of Hearts. Auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. So. Ähm. Ich möchte einmal hier sprengen. Mit sollten wir das hier alles aufbekommen. Okay, dann möchte ich hier sprengen und hoffen, dass wir die Kiste mit auf... Ja, kriegen wir. Sehr schön. Ah, meine Nase, Leute. Meine Nase ist so zu. Schlüsseltechnisch ist das ganz cool bisher. Huch, raus wollte ich eigentlich nicht. Konzentrationstechnisch ist es eher so Mac gerade. Aber es ist okay. Es ist okay. Alles ist cool. Der Husk sollte schnell besiegt sein. So. Okay. Schade. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja, mit Tiersab kann man leben, ne? Gut. Das war ein Full Clear. Bis auf die Itemräume. Äh, bis auf die Itemräume. Genau. Bis auf die... Dingensräume. Geheimräume. Okay. Alles klar. Alles klar. So, Trinkets muss man übrigens nicht alle eingesammelt haben für einen 1001% Spielstand. Möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Och, das ist so fies, weil ich es rerollen muss. Eins. Oh. Oh. Zwei. Drei. Vier. Oh, komm schon. Fünf. Es ist ein Guppy-Item. Es macht aber Spaß, wisst ihr, weil ihr seht es jetzt. Ich darf die Items nicht mitnehmen. Ich darf ja nicht einfach jetzt sagen, ach komm, ich reroll nochmal oder ach komm, ich nehme es jetzt doch mit. Ist nicht. Ist nicht. Darf ich nicht machen. So. Oh, das wird in der Chest ganz lustig, ne? So. Na, komm, nehmen wir mal mit. Gib ein bisschen Evil ab. So, hoffen wir, dass wir jetzt gleich mal den Item-Raum finden. Ich bin rausgesprengt worden, aber der Raum zählte als geschafft. Das ist schon mal ganz cool. Das ist schon mal ganz cool, dass der Raum als geschafft zählt. So. Weiter. Mit der Schweißerbrille. Auf Doom. Oh, was haben wir hier auf der rechten Seite? Hoffentlich gleich mal den Boss- oder Item-Raum, dass wir wieder rerollen können. Okay, weiter. Eins von beiden würde mir schon reichen. Ja, da ist der Boss-Raum. Okay, und du noch? Ja, schlüsseltechnisch sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wollen wir mal oder fallen? Es ist bei ihm jetzt äußerst gemein, dass ich rerollen muss. Okay. Okay. Kein Devil-Deal für uns. Okay. Eins. Ah, fies. Zwei. Fies. Drei. Vier. Fünf. Dann kriegst du das. Dann kriegst du Brother Bobby. Das ist der Wahnsinn gerade. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht werden wir da noch Conjoint. Dann kriegen wir noch ein bisschen Damage down. Ah. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Beim fünften Mal kommt irgendwie immer ein Baby, habe ich das Gefühl. Okay. Oh, und wenn jetzt der Steam-Cell gekommen wäre, hätte ich ihn rerollen müssen. Wenn dein Alter lernen will, kein Problem. Dann komme ich vorbei. Ich komme nicht allein, denn ich habe Stift und Block. Ich habe Stift und Block. Leute, das ist so ein Ohrwurm von Joko und Klaas. Wo sie dieses Lied, entweder ich weiß nicht, ob sie es verarscht haben oder einfach nur nachgemacht haben. Für mich war es eher verarscht. Curse of the Blind. Da haben wir es zum Beispiel. Jetzt werde ich nicht fünfmal rerollen. Jetzt werde ich einfach das erste Item mitnehmen. Weil Curse of the Blind. Ist genauso beschissen, wie fünfmal zu rerollen. Oh, the Tower. So. Okay. So. Na? Und sobald wir den 1001% Spielstand haben, werde ich den Infinite Item Charge Mod natürlich wieder rausmachen. Nur ich kann jetzt momentan eh nicht streamen. Noch nicht. Also könnten schon vom, 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 dass es funktionieren würde gerade. Aber halt nicht mit meinem Zustand. Das muss nicht unbedingt sein. So eine Aufnahme ist dann schon wieder was anderes. Da habe ich keine Cam an und, und, und. Da kriege ich sogar noch mal Schaden. Ja, wenn es jetzt ein Space Fighter ist, werde ich es rerollen. Das ist der D7. Okay. Eins. Telepathy for Dummies. Zwei. Daddy Long Legs. Okay. So läuft das dann ab hier, ne? Mit den Curse of the Blinds. So machen wir das. So. Das lassen wir liegen. Und was haben wir hier? Two of Clubs. Zehn Bomben. Sehr schön, ne? Das Geld sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Wir gehen auf jeden Fall wieder in den Shop rein. Weil wir haben genug Geld. So. Noch ein Schlüssel. Aber ich sollte nicht mehr so viel Schaden fressen. Was war das nochmal für eine Karte? Also Tower. Na gut, die nehmen wir mal mit. Meine Nase, die ist zu. So. Wollen, wie gesagt, natürlich jetzt endlich mal den 1001% Spielstand haben. Leider Gottes nicht ungecheatet, natürlich. Aber es geht ja hier nicht darum, der Über-Gamer und der Über-Pro zu sein. Es geht darum, euch zu unterhalten. Und dabei habe ich mir jetzt sogar noch eine Challenge dafür ausgedacht. Also ganz so doof ist es ja eigentlich jetzt nicht. Ich habe mir ja eine Challenge ausgedacht jetzt dafür. So. Was wir halt auch machen können ist, wenn ich den 1001% Spielstand habe, ist, äh, mal so ein paar Cheated Runs an für sich. Dass ich mal vielleicht mit ein paar, äh, Items oder Item-Kombos spiele, die ihr mir, äh, vorgebt. Das kann man natürlich auch machen. Und das ist super Greed. Okay, aber ich kriege ja, glaube ich, noch einen Shop, ne? Oh, ich könnte sogar noch in den Item, äh, in den Boss-Rush kommen. So. Okay. Hey, Loki. Oh, du bist tot. Ach, stimmt ja. Da war ja was. Roid Rage. Und Krampus. So. So, das erste Item werde ich jetzt rerollen, weil ich ja weiß, es ist entweder der Lump of Coal oder, äh, Krampus Head. Das heißt, einmal rerollen und einmal aufnehmen, es ist der Contract from Below. Okay. Weil es hätte jetzt auch der Mega-Blast sein können, ne? Darum geht's halt. Gehen weiter. Es hätte jetzt natürlich auch der Mega-Blast sein können. Dank Depts 2. Wir können theoretisch echt immer noch in den, äh, Boss-Rush kommen. Wie machen wir das dann im Boss-Rush, wenn ich, äh, fünfmal gererollt hab? Weil ich kann ja nur ein Item mitnehmen. So. Dann darf ich mir auf jeden Fall das Beste aussuchen. So. Ich jetzt natürlich eine Karte bekomme, mit der ich mich rausporten kann. Wäre das klasse. Weil ich dann, äh, zwar den kompletten Boss-Rush machen würde, aber, naja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Gut, jetzt nehm ich dich aber mit. Two of Spades. Okay. Wir haben fünfmal gererollt, also alles war cool jetzt. Alles war cool. Und jetzt beeile ich mich mal ein bisschen. Vielleicht komm ich ja doch noch in den Boss-Rush rein. Vielleicht will ich aber auch einfach nur den Run so schnell wie möglich benden, ne? Okay, komm, komm, komm. Äh, ist halt doof, dass ich gesagt hab, ich mach Full-Clears. Das heißt, ich darf jetzt eh erst in den Boss-Raum, wenn ich, äh, entweder was hab, wo ich mich wieder rausporten kann, oder eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja gut, in dem Fall rerollen wir nochmal. Ja, wir haben, ach, ja. Ich wollt grad sagen, wir haben ja PhD, wir können's hier einsetzen. Ach, fies. Fies. Äh, okay, den Boss-Rush kriegen wir nicht mehr. So, zack, einmal, na. Muss einmal reingucken. Ja gut. Okay. Zack, zack, zack. Nee, den Boss-Rush kriegen wir nicht mehr. Brauch ich mich jetzt gar nicht mehr so abzuhetzen. Hey, Envy. So. Aua. Ach ja, und was ich natürlich auch nicht re-rollen darf, ist das Polaroid. Logischerweise. Also. Da gibt's dann auch keine Diskussion, das wird nicht gere-rollt. Was mach ich denn? Ach, guck mal, aber das war ein guter Port. Das war ein guter Port. Hier könnte theoretisch. Ach, ich glaub aber eher hier. Tut mir leid, wenn ich die Nase so oft hochziehe, ne. Aber ich, ich glaub, Nase putzen wär auch nicht gerade angenehm für euch zum Zuhören. Könnte denn der Super... Ach, egal. Oh, hi, Mom. Mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt noch ein, äh... Devil-Deal. So. Aber wir haben halt schon echt gute Items gere-rollt, ne. Oh, wir kriegen sogar den Devil-Deal. Wir gehen natürlich in die Chest. Ach, fies, Mann. Eins, zwei, drei, oh, vier, oh, fünf. Ja, gut, das setze ich jetzt nicht ein. Ich setze es einmal ein jetzt, ne. Weil ich könnte mir jetzt theoretisch ja, äh... Haufenweise blaue Herzen dazuholen. Das will ich aber nicht. So. Aber das machen wir jetzt halt so, ne. Also passive Items auf jeden Fall immer mitnehmen. Also alles, was wir nicht mit uns rumtragen, sag ich jetzt mal. Alles, was kein Space-by-Item ist, wird mitgenommen. Alles. Und wenn es Soymilk ist, wie gesagt. Ach, wir können ja noch gar nicht fliegen. Okay. Okay. Will ich wirklich die Full-Clears machen? Ist jetzt die Frage. Wollte gerade sagen, wenn jetzt der Small Rock kommt, kann ich mich nicht mal freuen, ne. So, weiter. Na, ich glaube, die Golden Remote kriegen wir jetzt nicht mehr. Eher unwahrscheinlich. So. Ja. Okay, was haben wir hier? Two of Diamonds. Ja gut. Kann man mal machen, ne. Ne, wir sind jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen stärker geworden. Nicht viel, aber wir sind stärker geworden. Okay. So. Na komm schon, stirb. Oh, was haben wir hier? Ansos Vision. Das ist gut. Dann kann ich auf jeden Fall den Full-Clear machen. Oh. Wir dürfen wieder fünfmal rerollen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich muss es mitnehmen, weil ich, wie gesagt, das könnte man eigentlich auch machen und in den Sacrifice-Rooms spielen, bis ich beide Schlüssel habe und fünfmal rerollen. Aber ich kriege da halt Angel-Deal-Items wahrscheinlich raus, ne. Das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Vor allem würde ich dadurch so viel Schaden bekommen. Ne. Zack. Erhöhen wir unsere Devil-Deal-Chance noch ein bisschen. So. Okay. Den will ich auch haben. Den, Kiste. Schwung, Kiste, Kiste, Schwung. Okay. Puberty und Tears Up. Alles klar. Sehr, sehr gut. Tears Up ist halt nice. Okay, was haben wir hier? Explosive Diarrhea. Und Judgment. Ja. Fängen wir dich mal in die Luft. Und gehen weiter. Alles klar. Mit dem B20 kannst du da bestimmt auch richtig nice Sachen machen. Mit diesem Infinite, äh, Spacebar-Item-Charge-Mod. So. Ja, kürzen wir mal ein bisschen ab. Das ist ganz nice. Und jetzt müssen wir nur noch zum Boss. Alles klar. So. Stirb. Stirb, 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 stirb. Alles muss sterben. Kannlöchen. So. Daddy Long Legs. Kann halt sein, dass... Ich meine, ich, ich, ich... Ich fände das voll süß, wenn ihr jetzt sowas wie, oh, Foxy, gute Besserung, in die Kommentare schreibt. Aber, ich muss dazu sagen, ich glaube, bis dieses Video kommt, werde ich wahrscheinlich wieder fit sein. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ein HP Up. Das ist scheiße. Ein HP Up ist jetzt äußerst scheiße. Jetzt muss ich auf den Devlinil hoffen. Und zwar auf einen mit Item. Curse of the Lost. Keine Karte. Das ist mies. Okay, hier. Heger Lars. Perthrow. Yerra. Ja, dann nehme ich Yerra mit, weil Perthrow ist ja Blödsinn. Dann nehme ich Yerra mit. So. I can see forever ist natürlich nice, wenn du keine Karte hast. Ich glaube, wenn ich keine Karte habe, werde ich nicht unbedingt ein Full Clear machen. Weil ich halt nicht weiß, wo ich schon war und wo ich noch hin muss. Kann man halt vorher nicht wissen. Denn ich habe Stift und Block, liebe Freunde. Stift und Block. So. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Ja, okay. Dass wir Tech 10 gefunden haben, war jetzt natürlich nice. Hätte ja auch sein können, dass es als viertes kommt. Wir es rerollen müssen und Zäumel kommt, ne? So. Okay. Gehen wir nach oben. Zack, zack. Okay. Okay. Noch mehr Münzen. Ich glaube, ich glaube, das wird so gut wie ein Full Clear auf der Ebene. Ist das schon immer am Ebene? Ja, das ist schon immer am Ebene. Zu Hush gehen wir jetzt natürlich nicht. Man könnte ich theoretisch machen, um noch ein paar extra Items zu rerollen. Aber was mache ich, wenn ich bei Hush bin, dann, äh, aua. Dann kriege ich vielleicht noch sowas wie... Dingens, wie heißt's? Ja, Health up nehme ich jetzt nicht unbedingt. Dann kriege ich vielleicht noch sowas wie Zäumelk. Dann habe ich ja gar keine Chance. Und dann sterbe ich. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich will den Run ja auch gewinnen. So. Der Hush ist ja kein Muss. Also von daher, ich könnte mich jetzt auch noch drei Minuten hier irgendwo hinstellen. Und dann sagen, ja, wir haben Hush halt nicht erreicht, ne? Strength. Na gut. Weiter. Wo ist denn der Bossraum? Wo ist denn der Bossraum? Da ist auf jeden Fall mal der... Das müsste der Supergeheimraum sein? Ne, es ist sogar der Geheimraum. Waren wir hier schon? Ne, guck mal, aber da ist der Bossraum. Gut, dann gehen wir da jetzt rein. Wie gesagt, lohnt es sich jetzt nicht hier auf den Full Clear zu warten, weil ich halt nicht weiß, wo ich schon war und wo ich noch hin kann. Einzige, was wir machen könnten, ist, dass ich mir noch die Black Candle dazugeben würde. Guck mal, wir kriegen noch nicht mal mehr einen Devil Deal. Also... Das ist doof. Weil ich jetzt mein rotes Herz nicht los werde. So. Alles klar. Gerade in der Cathedral und in der Chest werden die Full Clears halt scheiße. So. Aber ihr seht, so viel Damage machen wir halt nicht, ne? Weil wir machen schon guten Damage durch Tag 10. Aber eben nicht den besten. Auf fünfmal re-rollen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mams Eyeshadow. Ja gut, gehen wir rein. Gehen wir wieder raus. Ja gut, wir sind fast tot. Äh... Okay. Okay, keine Items. Eigentlich schade. Aber jetzt kann ich mal so langsam wieder ein paar blaue Herzchen gebrauchen. Oder schwarze Herzchen. Gehen wir da oben in den Raum, dann haben wir es hinter uns. Oh Gott. Ich glaube, wir werden sogar vorher noch sterben. Ich glaube, wir werden sogar vorher noch sterben. Ja, gerade bei solchen Räumen... Äh, sagte Foxchen, bekam die Double Gertie Trashen, ne? Ja, und ich kriege halt nur rote Herzchen. Das ist halt ein bisschen nervy. Das ist halt gerade ein bisschen nervy, dass ich nur rote Herzchen kriege. So. Childish brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Es ist zwar nice, Childish, weil da eure... Weil da eure Babys immer ein bisschen näher beieinander sind, sich nicht so weit auseinanderziehen, aber wir haben jetzt halt nicht unbedingt die Babys dabei, wo ich sagen muss, ey... Oh, nice. Die müssen jetzt nah beieinander sein. Okay. Haben wir Lack abbekommen? So. Ach, warum habe ich das mit dem Full Clear gesagt, ne? Hier könnte der Geheimraum sein. Ist er aber nicht. Aua. Das war fies. So. Äh, wo der Geheimraum allerdings noch sein könnte, ist hier oben. Ja, glitscht euch halt raus, ihr Geldstücke. Da ist er auch nicht. Okay, ich könnte jetzt halt auch erst zu Isaac gehen, aber komm, ich will erst die Ebene full clearn. Oh. Eins. Och, fies. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das ist jetzt mies. Na, wobei, wir haben genug Schlüssel. Da könnte er auch noch sein, der Geheimraum. Da könnte er halt auch noch sein. I've been. Ha, ha, ha. Okay. Oder er ist halt einfach nirgendwo, ne? Oh, der Darkbomb wäre jetzt so nice. Der Darkbomb wäre jetzt so nice, aber wir mussten ihn ja leider Gottes rerollen. Sonst hätte ich die Challenge, äh, sonst wäre die Challenge als gescheitert gezählt. Haben wir, glaube ich, schon versucht zu sprengen, ne? Gut, dann nehme ich mal an, dass er hier ist. War entweder oben oder rechts. Das war sogar schon der full clear. Okay. I can see forever. Health up. Festet. Ja, ganz ehrlich, die Health up kann ich jetzt eigentlich auch nehmen mittlerweile. Weil, äh, ich eh keinen Devil Deal mehr bekomme. Außer durch ne Joker-Karte. So. Eigentlich müsste ich ja jetzt dadurch, dass ich, ähm, I can see forever hab, auf jeden Fall den super Geheimraum noch suchen. Aua. Was auch immer mich da gerade getroffen hatte. So. Gut. Gut, 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 das war's. Ja, komm, wir suchen die noch. Den super Geheimraum. Ich könnte mir vorstellen, dass der da unten irgendwo ist. Ja, da ist er. Wow. Wow. Okay. Zack, weiter. Jetzt wird's witzig. Ach, halt, erst Yerra. Das sind jetzt nur Items, die ich eh nicht mitnehmen würde. Gut. Eins. Kurz durchgucken. Okay. Okay. Zwei. Zwei. Kurz durchgucken. Oh, fies. Fies, 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 fies. Drei. Kurz durchgucken. Oh, auch fies. Vier. Kurz durchgucken. Fünf. Gut, das war jetzt fünfmal. Ich muss jetzt alles mitnehmen, was kein Spacebar-Item ist. So, den Rest kann ich jetzt, jetzt muss ich's halt mitnehmen, ne, weil ich gesagt hab, fünfmal rerollen, außer wenn's ein Spacebar-Item ist, dann rerollen wir halt nochmal, ne, ist ja klar. Ich mein, so schlecht waren die Items jetzt nicht, die wir bekommen haben. Der Full-Clear wird jetzt allerdings, guck mal, dich hab ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Der Full-Clear wird jetzt halt nervig. Nicht, dass jetzt jemand sagt, der hat das Item nicht mitgenommen. Ne, ich hab's wirklich nicht gesehen. Ich hab's eben erst gesehen, als ich wieder in den Raum rein bin. Na gut. Na, halt Spoon-Bänder war ganz nice jetzt. Oh, zweimal Teratoma und zweimal Poly... Ne, nicht Polycephalus. Dingens, wie heißt's? Das andere halt. Okay. Da, 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 da... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh, das ist jetzt scheiße. Wie ist das jetzt mit Anti-Gravity? Ja, okay, es überschreibt sich nicht. Das überschreibt sich nicht. Das ist schon mal gut. So. Ne? Keine Kisten mehr für uns. Das find ich jetzt äußerst schade. Und im nächsten Run machen wir das Ganze nochmal im Hard-Mode. Das auf jeden Fall. So, viele Item-Möglichkeiten gibt's jetzt halt auch nicht mehr. So. Weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war das Baseball-Item? Ne, war's nicht. Da muss ich halt immer nachgucken. So. Ich jetzt echt nicht sicher war, ob's das Baseball-Item war. Da haben wir dann ein bisschen Leben dazu bekommen. Das ist auch schon mal was Nettes. Oh, weiter. Ehrlich gesagt will ich noch nicht zum Blue Baby. Ich will erst die Ebene clearn. Ich will erst die Ebene clearn. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Ja gut, ich hab's gesagt, ne? Ich hab's gesagt. Ich halt mich an mein Wort, an mein Wort, ne? Ja gut, aber ist eigentlich ganz geil sogar. Am Schluss noch die Säumel gekriegt, ne? Das war jetzt gemein. Telepill, Telepill, Pheromones. Ja komm, setzen wir einmal die Telepill ein. Wo kommen wir hin? In den großen Raum. Vielleicht ist hier ja sogar der supergeheim Raum. Ja, da schon mal nicht. Hier. Nein. Hier. Da. Moment, in der Nähe des Bosses meistens. Das ist jetzt halt allerdings nice, ne? Dass ich so spammen kann. Ich glaub, mit der, mit Tech 10 ist, ähm, Entschuldigung, Säumelke noch nicht mal so schlecht. Boah, guckt euch das mal an. Das ist richtig cool eigentlich, ne? Aber wenn wir jetzt nicht Tech 10 dabei gehabt hätten, hätten wir, glaub ich, in die Hosen geschissen. So, alles klar, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet den Part. Ich hoffe, ihr findet das okay. Aber wie gesagt, wir haben uns dadurch ja trotzdem noch eine kleine Challenge gesetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.